Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Im Saal der Musikschule Johann Matthias Sperger des Landkreises Ludwigslos-Parchim findet wieder der traditionelle Vorspielabend statt. Ab 18.30 Uhr bieten wieder Solisten und Ensembles aus allen Fachbereichen ein großes Spektrum an musikalischen Stilen dar. Sie dürfen sich auf feinste Unterhaltung mit Gesang und Tanz freuen. Comedy, Akrobatik und Entertainment vereint zu einer Show, in der kein Auge trocken bleibt. Täuschungsmanöver ist eine Travestie-Show voller Selbstironie, welche ihre Lachmuskeln fordert. Die neue Produktion Casino Las Vegas dreht sich um die bunte und schillernde Welt der Travestie. Tauchen Sie ein im Kapitol Schwerin. Wie kommt das Spielzeug ins Museum? Diese und viele weitere Fragen werden im Winterferienprogramm des Kulturhistorischen Museums Rostock beantwortet. Vom 10. bis zum 13. Februar haben Ferienkinder jeweils ab 10 Uhr die Gelegenheit, der Spur von Puppen, Eisenbahnen und Zinnsoldaten zu folgen, bis sie dann in einer Ausstellung zu sehen sind. Faust, der erste Teil der Tragödie. Weltliteratur. Auf der Bühne verkörpert von... nur einem einzigen Mann, Steffen Schlösser. Innerhalb einer Stunde mit Witz und Leidenschaft erzählt er das vielleicht größte Meisterwerk von Johann Wolfgang von Goethe. Mr. Bray wird sie jetzt empfangen. Wie war er so? Höflich? Konzentriert? Elegant? Richtig einschüchternd. Haben Sie außer der Arbeit noch andere Interessen? Was ist mit Ihnen? Ich würde gern mehr über Sie erfahren. Über mich gibt's nicht wirklich viel zu erfahren. Sehen Sie mich an. Das tue ich. Anastasia. Christian. Du hast schon gemerkt, dass er die Augen gar nicht von dir lassen kann. Ich möchte Ihr Gesicht sehen. Es verrät mir, woran Sie vielleicht denken. Sie sind also ein Kontrollfreak. Ich behalte über alles die Kontrolle, Miss Deal. Kann ziemlich langweilig werden. Du spielst nicht fair. Das habe ich nie. Lass mich in dein Leben. Ich hatte im Leben einen schweren Start. Das ist alles, was du wissen musst. Mein Geschmack ist sehr speziell. Das würdest du nicht verstehen. Dann klär mich auf. Ich weiß nicht, ob ich so sein kann, wie er mich braucht. Ich halte dich von mir fern. Möchtest du gehen? Was, wenn ich bleibe? Was passiert dann? Ich weiß nicht, ob ich is. Du musst dir sein. Du bist.